In diesem Video zeige ich dir, wie du einfach und schnell eine Übersicht über alle SAP-Transporte in deinem SAP-System erhältst. Vorab, ein Transport ist im SAP-System das zentrale Objekt, um Änderungen zu dokumentieren und in ein anderes SAP-System zu transportieren. Wie so oft in SAP führen mehrere Wege nach Rom. Ich stelle hierbei mehrere Möglichkeiten vor, um eine Übersicht über alle SAP-Transporte zu erhalten. Somit kann sich jeder für sich das beste Vorgehen dann heraussuchen. Beginnen wir mit der Tabelle E70. Dazu gehe ich zunächst in die Transaktion SE16N und suche mir hier die Tabelle E070, die Transportsystem-Header von Aufträgen und Aufgaben. Diese Tabelle liefert dir wichtige Informationen zum Transportsystem. In dieser Tabelle werden Informationen über den Header von Aufträgen und Aufgaben gespeichert, wie hier bereits erwähnt. Und in dieser Tabelle sind alle Aufträge und Aufgaben enthalten. Darüber hinaus kannst du die Aufträge nach dem Typ filtern, zum Beispiel, ob es sich um einen Workbench-Auftrag, Customizing-Auftrag oder einen Transport von Kopien etc. handelt. Du kannst auch den Status einschränken und zwar, ob es noch änderbar ist, änderbar geschützt oder bereits freigegeben. Wie du siehst, kannst du somit eine Vielzahl von Filterungen vornehmen, um zu deinen gewünschten Aufträgen bzw. zu einer Übersicht zu gelangen. Die Einträge sehen wie folgt aus. Hier sieht man zum Beispiel einzelne Aufträge, den Typ, den Status, das Datum und so weiter. Ziehen wir uns nun eine weitere Möglichkeit an, und zwar den Transport-Organizer. Dazu wechsle ich in die Transaktion SE01 und gelange in den Transport-Organizer. Der Organizer ist sicherlich die zentrale Transaktion im Rahmen von Transporten. Hierbei ist es möglich, Transporte zu erstellen, zu verwalten und anzuzeigen. Ich kann mir hier zum Beispiel in der Einzelanzeige einen bestimmten Auftrag heraussuchen, und zwar indem ich hier suche und habe hier die Möglichkeit, mir diesen Transport näher anzusehen. Das ist sozusagen der Transport-Organizer. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, und zwar den Transport-Organizer-Tools. Diese finden wir in der Transaktion SE03. Mit dieser Transaktion ruft man den Transport-Organizer-Tools auf, und wenn man schnell und einfach Transport-Aufträge und Aufgaben im SAP-System suchen möchte, kann man die Funktion Aufträge suchen nutzen. Und zwar hier Aufträge suchen, und kann hier dann nach beliebigen Aufträgen wiederum mir diese heraussuchen. Zu guter Letzt möchte ich auch noch das Transport-Management-System STMS vorstellen. Und zwar befindet sich diese in der Transaktion STMS. Im Transport-Management-System erhältst du eine Import-Übersicht über alle importierten Transporte im SAP-System. Über die Import-Historie kann man sich nach Datum, Uhrzeit, Aufträge, Inhaber, Kurztext und so weiter die Aufträge anzeigen lassen. Und zwar, wenn ich hier auf Import-Übersicht kann auch F5 drücken, erhalte ich nun die gewünschte Ansicht, und kann mir sozusagen die einzelnen Aufträge mir ansehen. An dieser Stelle, falls du Fragen hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten. Und bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.